Da wird auf jeden Fall Platz in der FL. Und wir haben ihn gerade mit dem Stock getötet, was? Ja, mich freut es einfach sehr, dass die Leute mich mit diesen... Hä? Leute, ich bin Arneke in der Runde und damit willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars auf meinem Kanal. Yo, ich möchte heute über die Steinarmen reden. Die Steinnahmen sind ein essentieller Teil meiner Community und auch ein essentieller Teil meiner Revi-Privatzeit. Wenn ich mal privat zocken sollte, ist zurzeit leider nicht so drin. Aber ja, das ist meistens so, ich gehe auf Revi und werde Insel von Steinleuten angeschrieben oder geeditet auf Revi. Und das ist verdammt geil, Leute, das ist verdammt geil. Ich bedanke mich, dass ihr solche Namen habt. Ja, ich bedanke mich für diesen geilen Support, in dem ihr euch so nennt, wie ich halt irgendwie, was weiß ich. Kalkstein, Vulkanstein, Magmastein, Klostein, Kiesestein, Sandstein, alles mögliche. Und ich hack anscheinend auch da jetzt. Auf jeden Fall, Leute, ist das so geil. Ja, es ist so geil. Ich hab mal ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist so, ich mach seit so einem halben Jahr YouTube jetzt. Und, Jungs, die Leute schreiben tatsächlich, Alter, Feuerstein, das war mein größter Traum oder du bist ein Idol oder was weiß ich. Ich find das so krass. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich find das so geil. Ja, ich spiel auch grad an, und wer hat's das erste Mal wirklich nicht erkannt, was echt, ähm, was sehr, sehr geil ist, sagen wir es so. Also, äh, Digga, es ist so heftig, dass Leute sich wirklich ingame einen Monat lang, Minimum, so nennen wie ich, die heißen dann irgendwie Wasserstein oder, oder fragen mich auch so teilweise unter meinen Videos, ey, darf ich mich so und so nennen, Digga. Äh, man darf sich nennen, wie man will. Und, ähm, ja, mich freut es einfach sehr, dass die Leute mich mit diesen... Hä? So, das war ein bisschen eigenartig, Leute. Auf jeden Fall, grüße gehen raus an diesen Typ, der eben Sorry geschrieben hat hier. Ähm, Gott noch. Yo, auf jeden Fall wollte ich einfach nur mal von tiefstem Steinherzen Danke sagen. Das ist, ähm, wirklich was sehr, sehr Besonderes für mich, denn, ich sag's mal so, früher in meiner anderen YouTube-Laufbahn auf meinem anderen Kanal kannte ich das nicht, ja. Ich hatte 3000 Abonnenten und, ähm, die Leute haben uns eigentlich einen Scheiß gejuckt. Die haben normal sich genannt, die hießen anders. Wisst ihr, das ist einfach, einfach so eine andere Wellenlänge hier. Und ich hab nur die vier, in Anführungszeichen, nur die vierfache Abonnentenzahl von meinem alten Kanal. Also halt 12.000 fast, oder 12.000 mittlerweile und das war ein Hack, sorry. Ähm, ich find, das ist einfach etwas, wofür man sehr, sehr dankbar sein sollte, Leute. Macht auch YouTube, ja. Macht YouTube, macht Badmas-Videos. Das ist ein Modus, der ist extrem geil. Kam bislang sehr, sehr gut an. Stirbt jetzt ein bisschen aus durch andere Spiele und ich bin ja da ein bisschen dumm, dass ich da... Äh, Butterfly auf jeden Fall, ihr kennt mich. Chitter-Stein, nicht Butterfly-Stein. Das haben mir auch übrigens Leute in die Kommentare geschrieben, ey, Digga, hör mal auf, diese Feuer... Äh, die ganzen Likes zu Bette in Feuerstein. Jungs und Mädels übrigens auch, da hat sich die Laura beschwert. Grüße gehen raus. Ähm, Leute. Jeder möchte Likes und ich bin ehrlich, ich möchte auch Likes. Deswegen hab ich das gemacht. Alter! Wie kann man denn so nervig sein? Nö, das... Ich gönne ihm das Bett jetzt, weil er, weil er ja echt so hartleckig ist. Der, der will das Bett anscheinend... Der will den Win, Leute, der will den Win. Der will den unbedingt, aber wisst ihr, was ich jetzt mach? Wenn der Typ sich zu sein sollte, dann töte ich den. Ganz einfach. Gut, dann machen wir's so. Und da läuft der auf jeden Fall hoch. Und Grüße gehen auch wirklich raus an jeden Steinnahmen. Ihr könnt mich in der FL haben. Die ist zwar fast voll, aber ich lösche regelmäßig neue Leute. Also, regelmäßig Leute, die halt keinen Steinnahmen mehr haben oder sonstiges. Ähm, ja. Das ist dann ganz easy. Dann wird auf jeden Fall Platz in der FL. Und wir haben ihn grad mit dem Stock getötet. Was? Nein! 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 Nein, 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 nein. Nein! Wir sind tot. Wir sind... Leute, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich werd irgendwie zwar dutzendhaft erkannt in den Runden, aber irgendwie werd ich nicht getargetet. Oder vielleicht kommt's mir auch noch so vor und ich werd getargetet und ich bin's einfach gewohnt. Leute, ich kann es leider hier gerade nicht beantworten. Auf jeden Fall krieg ich schön die FAs rein. Jungs und Mädels, ich nehm nur Steinnahmen. Merkt es euch fürs Leben und fuckt mich nicht ab mit irgendwelchen Freundschaftsanfragen. Äh, von wegen, ah, hallo, darf ich dich in der FL haben? Äh, ich hab zwar keinen Steinnahmen, aber ich nenne mich bald so. Leute, dann schickt mir doch erst eine, wenn ihr es dann nennen. Weil dann, äh, ja, das erhöht nicht wirklich die Chancen, dass ihr mich wirklich drin habt in der FL, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. So, und wir Butterflyen heute irgendwie sehr, sehr viel. Auch wenn ihr es nicht klar habt. Gut, aber auf jeden Fall, ähm, war das mir einfach sehr, sehr wichtig, Leute, dass ich das irgendwie in meinem Video mal ansprechen konnte. Ähm, ja, ich weiß, Leute, ich sag es oft. Ich danke und bla, bla, bla. Ähm, ich meine es aber jedes einzelne Mal, wo ich das sage, jedes einzelne Mal, wo ihr Danke aus meinem Mund hört, ähm, das ist ernst gemeint, Leute. Das ist einfach, es ist einfach eine heftige Sache für mich. Ich bedanke mich für alles, was ihr mir tut, äh, ihr mir zugute tut. Oder was? Nein! Alles, was ihr macht, ja, alles ist geil. Und, yo. Oh, das war nicht legit. Grüße gehen raus an diesen Bastard warmes Typen. Ähm, cool. Guck mal, Leute, normalerweise ist eine legit range von hier so, aber so eine range von dem Typen, ne? Die ist von hier, die range. Ne, erhitet mich von hier. Auf jeden Fall, Leute, bitte zeigen, das war's mit dem Video. Ich hab's kein schreien. Und, yo, dann lass ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, yo, dann lass ein Like da, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.